Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Hier bei unserer Jungfernfahrt durch Hamburg. Auf der Linie 109 Richtung Hauptbahnhof. Allerdings so jungfräulich ist unsere Fahrt gar nicht mehr. Denn ich musste die Strecke schon einmal fahren oder ich habe sie schon einmal gefahren. Ich muss sie jetzt aber nochmal fahren, weil die erste Aufnahme nicht geklappt hat. Es wird also nicht ganz so aufregend, wir können ein bisschen gelassener fahren. Ich habe noch ein bisschen an den Grafikeinstellungen versucht zu verbessern. Da muss ich mich auch für entschuldigen, das letzte Video hat ganz schön geruckelt und geleckt. Ich hoffe, ich habe sie jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Ich habe es nicht mehr als ein paar Worte. Aber ich habe es nicht mehr als eine Worte. Ich habe es nicht mehr als eine Worte. Also ich habe es nicht mehr als eine Worte. So, mit dem Fahrkartensystem bin ich auch etwas besser vertraut mittlerweile. Ja, hier will aber keiner eine Fahrkarte haben. So, dann habe ich gelernt, dass hier vorne so eine Anzeige ist und wenn die auf grün ist, dann sind alle Türen geschlossen und der Bus ist fahrbereit. Hier haben wir eine eigene Ampelschaltung. Vorne Bahnhof Dammtor. Ja, und die Ampeln sind hier L-Lang-Ewig-Rot. Ja, und wir können es mal langsam weitergehen. Ja, und wir können es mal langsam weitergehen. Endlich. Und wieder Rot. Nächste Haltestelle. Mahnstephansplatz. Der Stephansplatz. Der Stephansplatz. Oh, die übersehe ich immer gerne mal. Ah, gut, das war fast noch grün. Der Stephansplatz. Der Stephansplatz. Der Stephansplatz. Und der Stephansplatz. Und der Stephansplatz. Das ist ein wichtiges Robinson. Nächste Reitestelle, Bahn Gänsemarkt. So, auf zum Gänsemarkt. Das ist aber eigentlich hier Rechtsaquarium. So, auf zum Gänsemarkt. So, das wird ein, soll wohl ein Rossmann sein hier rechts. Wie gesagt, ich habe die Grafikeinstellung ein bisschen runterdrehen müssen. So, und das dauert wieder ewig hier. Ich habe übrigens den Eindruck, dass hier Sonntag oder Feiertag ist. Es ist nicht sonderlich viel los. Es ist vor allen Dingen keine Leute unterwegs. So, hier haben wir uns am Gänsemarkt. Mit dieser wunderschönen Statue. Das ist ein bisschen viel, ne? Das ist ein bisschen viel, ne? Okay, dann Pech gehabt. So, ist da jetzt noch was Runden drin, ne? Ich komme hier nicht richtig dran. Na gut, kann man nicht ändern. So, Tür zu. Und schon wieder rot. Und schon wieder rot. Das war das. Nächste Haltestelle. U- und S-Bahn-Jürfenstieg. Übergang zu den Liegen U1 und U2. So wie der S-Bahn-Lie S1 und S2. Übergang zu den Alsterschiffen. Next stop, Jungfernstieg. Please exit here for all the boat trips. Change here for rapid transit lights. Ja, unser Jungfernsteig. Können Sie denn nicht einholen, wenn Sie nicht kommen? Moin Moin. Moin. Wenn du wieder insurance квартиmittel kannst, fingerprints und dasseledanity cach. km2. 0,335 Euro kann es der Knie nichtE uzhebt. Da wird Bura Nächste Haltestelle, Rathausmarkt. Übergang zur Linie und Wein. Nächsten Stopp, Rathausmarkt. Please exit here from Saunhofer. Ja, jetzt geht es zum Rathausmarkt. Zum Rathaus. Das ist auch mal beschissen eng hier. So, da haben wir dann unser Rathaus. Unser Bundeskanzler, bevor er Bundeskanzler wurde, gesessen hat. Der Olaf Scholz. Und Vernon, bitte her. Dallas Wolfs. Qualiz awe mir die Olle Kajal. So, das ist auch eine blöde Kreuzung hier, weil von rechts immer jemanden kochen kann. So, dann wollen wir mal, bevor der nächste kommt. So, der Gerhard Hauptmannplatz. Hier rechts vermute ich mal den Hamburger Michel. So, der Gerhard Hauptmannplatz. So, der Gerhard Hauptmannplatz. So, der Gerhard Hauptmannplatz. So, ich muss einmal ein- und aussteigen. Dann weiter. So, die Münchenberg-Straße. So, die Münchenberg-Straße. So, wie gesagt, auffällig ruhig hier. So, der Gerhard Hauptmannhof-Straße. Großer Sojourn hier drinnen. Gestein Tudern. Diesen Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Next stop, Hauptbahnhof. Please change here for Central Station. This bus terminates here. Genau. Das Video terminiert jetzt auch hier gleich. Da bedanke ich mich schon mal fürs Mitfahren. Und sage mal bis zum nächsten Mal. Ich nehme an die Rückfahrt, die wir uns auch noch anschauen. Bis denne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.